Haben Sie das gehört? Das ist das Geräusch meiner Walter, die direkt auf Ihre Hoden gerichtet ist. Ja. Warum richten Sie Ihre Walter auf meine Hoden? Weil Sie sich eben verraten haben. Hauptsturmführer. Sie sind so deutsch wie dieser Scotch. Also Sturmbeinführer... Schnauze, du Schlampe! Sie wollten was sagen? Ich wollte sagen, dann sind wir zu zweit. Ich habe eine Pistole auf Ihre Eier gerichtet, seit Sie hier sitzen. Und ab jetzt sind wir zu dritt. Und auf die Entfernung bin ich ein richtiger Frederik Zoller. Scheint mir ein bisschen heikel zu sein, unsere Haken. Jetzt passieren wird Sturmbannführer. Sie werden aufstehen und mit uns durch diese Tür hinausgehen. Nein, 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 das glaube ich nicht. Ich glaube, Sie und ich, wir beide wissen, Hauptsturmführer, dass egal, was mit den anderen Leuten hier in diesem Raum passiert, wird wir zwei nirgendwo hingehen.